Hallo, Cloud. Bist schon frech. Der war frech, ne? Hast du mich gerade doppelt gehört? Ne, hab ich mich bei dir doppelt gehört? Ne, passt alles, ne? Ich höre dich halt doppelt, weil ich den Stream noch anhabe, aber das mache ich jetzt auch. Achso, ja, okay. Vielleicht habe ich das gehört. So, Cloud. Cloud, jetzt wird es peinlich. Ach, ich mache Fotos von den Säulen und dann bin ich hier tot. Was schon? Ich mache Fotos von... Und ich bin nicht gut im Raum finden. Das macht Hesby normalerweise immer. Ich habe erst zwei Räume erkundet und dann sagt Hesby, ja, Schlafzimmer. Und ich denke mir so, hä, was? Warum? Oder, ähm, dann komme ich raus. Dann steht schon die Kamera, dann sind schon die Dots drin. Und ich denke mir so, ich habe... Wie? Das ist so richtig... Richtige... Arbeiter-Natur so. Voll schlimm. Wie weit ist denn hier das Event überhaupt mittlerweile? Zwei... Ja, nach der Anpassung sehr weit. EMF. Ich habe mir tatsächlich abgewöhnt, das EMF zu nutzen, weil... Nie. Es funktioniert nie bei mir. Ich kriege nie irgendwelche Ausschläge. Was meinte Cloud eben mit den Events? Er ist eh nur tot. Bei den Events ist es so, dass die Geister... Ähm... Schneller sind. Aggressiver sind. Es ist generell einfach schwerer. Und... Wir sind halt meistens immer tot, wenn die Hand... Selbst... Selbst... Profi... Und erfahrener Spieler, Hespi, hat gesagt, wenn die Hand startet, bin ich tot. Von daher kann uns keiner was. Willustschmied ist auch so dein Favorit, ne? Warum läuft Cloud wie so ein Rundrücken? Cloud? So sollst du den Rücken gerade machen. Hier, jetzt kleiner Ruf rein. Willst du das Rücken gerade machen? Okay. Ja, ist so besser, Loon? Oh, Mann, ey. Wie selbst, Hespi? Gerade ich. Du stirbst selten. Du bist voll gut da drin. Guck mal, ich hab irgendwann mal das Gamma hochgestellt. Und es ist immer noch so hoch. Und trotzdem seh ich nichts bei... Was lustig ist, im Stream-Monitor ist es dunkler als... Äh, ist es heller als in meinem Monitor. Wir spielen auch Profi, weil Cloud sagte, er braucht die Herausforderung. Ja, immer. Und jetzt kappen ihn ab. So, Windows-Suite. Cloud. Guck mal, wie schnell das ist. Wenn wir nicht mit Hespi und so spielen, sind wir viel, viel schneller. Wir sind eine Sekunde, sind wir im Game drin. Das ist zack. Ja gut, wir haben ja auch ein bisschen stärkere Rechner. Das ist ja unfair. Ja, die hat doch auch erst... Ihre ist gar nicht so alt. Für schlechte Artware gekauft. Ja gut, das kommt ja nicht unbedingt auf alte an. Ich kann mir auch einen neuen kaufen mit... Aber teilen die jetzt nicht unbedingt das Neueste sind. Mit mir lernt man Geduld. Also, du hast ja eh schon Cam, ne? Ja, perfekt. Cloud. Wir müssen... Ja, sterben, ne? Würde ich sagen. Ripp einfach weg. Natürlich ist der Strom im Keller. Oh ja. Machen wir mal mit... Kümmerst du dich um Strom oder was? Wenn wir den Fotos machen? Oder soll ich runtergehen? Dann gehe ich direkt in den Keller. Ja, dann gehe ich direkt in den Keller. Mach das mal. So, EMF, sagt sie. Was haben wir denn? Keine Spieluhr. Keine Tarotkarten. Und ich kann den Schlüssel nicht aufheben. Ich habe den Schlüssel aufgehoben. Das Versteck ist nicht da. Okay, ich bin Ripp. Es ist wieder so... Dunkel. Da. Das sind die, die Cloud fotografieren sollen beim Event. Okay. Vielen lieben Dank. Hier ist auch kein Versteck. Hier ist ein Versteck. Wo wir sich hin... Hey, was haben wir? Die Affen... Puppe? Oder Affenhand? Oder was? Guck. EMF ist nix. Nix schlägt aus bei EMF. Gar nix. Die Tür reicht. Du hast doch selber... Du bist gestorben an der Tür, weil sie nicht gereicht hat. Erzähl doch keinen. Hier ist auch nix. Oh. Ich habe eine Tür gehört. Die da? Weil ich zu lahm war. Ne, die Tür ist aber, glaube ich, auch nicht mehr... Ich dachte, ich hätte eine Tür... Hier. EMF. Dann sind wir wieder im Flur, oder was? Und da hin. Come on. Ich habe mal ein Dinges gelegt. Ein was? Wir haben UV. Kannst du ein Foto machen von der Tür hier? Da. Dankeschön. Okay, UV hätten wir da. Wie sieht es mit Kälte aus? 13 Grad ist es nicht der Flur. Aber... Es muss ja schon in die Ecke sein, weil das UV ist ja auch hier. 16 Grad ist halt schon übel. 13. 15. 12. 12. EMF war super, sage ich ja. 12, 13. Die Küche. Nee. Hm. Das ist weird. Warum hat der denn oben einen Abdruck? 9. Ich glaube, der ist ja dem kleinen Badezimmer. Oh, warte. EMF. Äh, dann kannst du auch das kurz hier umlegen. Das habe ich in den Flur geschmissen. Vierer. Nee, das... Das ist so Zwischenraum. Flur und Dings. Und bring mal zweites mit. Ach, keine Ahnung. Aber Hauptraum ist das Bad. Dann lege ich das kurz hier auf jeden Fall da hin. Wo liegt das denn? Der hat das denn hingelegt? Pass auf, passt du bist schon bei 40% Sanity nur noch? Ja, ich finde das kurz hier nicht. Leg das mal. Leg mal eins in das Bad rein. Also, was habe ich gesagt? Wir hatten Ultraviolett. Und, äh... Also, er war bis eben F4 ausgeschlagen. Könnte... 5 war es, glaube ich, nicht. Ein bisschen, ein bisschen stuff. Was haben wir denn überhaupt hier? Ach so, unter 25%. Ja, das hat sich dann jetzt erledigt. Bewegungssensor. Das können wir auf jeden Fall machen. Dann hätte wir die Box. Die Dots sind ganz, ganz wichtig. Cloud hat schon eine Kamera mitgenommen. Mega gut. Und dann würde ich noch Salz noch vor der Box gerade nehmen. Ich habe die Kamera und Buch schon mal hingeschmissen. Ach so, ein zweites... Ja, so, okay. Buch, nice. Die Box, nice. Guck mal, Cloud. Cloud macht alles im Alleingang. Richtiger Maker. Und Sanity droppt auch viel, viel schneller als, äh... Als sonst. Das ist gar nicht, was wir hier für einen Gegenstand haben. Ich mache das hier an den Tür... Ja, in der Kamera haben wir noch gerade gesehen, dass im Badezimmer eine Kerze rumgeflogen ist. Äh, Orb, Orb. Orb. Orb ist nice. Ja, Orb im Badezimmer. Okay, danke. Was heißt das dann? IMF könnte es halt immer noch sein, ne? Geisterbuch habe ich nicht liegen sehen. Fällt aber eh raus. Frier könnte es halt noch sein. Dots könnte es noch sein. Also, Box und Geisterbuch fliegen raus, die sind es eh nicht mehr. Joa, wie gut gesehen. Bin ich schon wieder, so... Achso, du hast dich hochgepusht. Wegsensor. Ach, du hast die Kamera da hingestellt. Das kann jetzt noch sein, EMF, Gefrier oder halt Dots. Dots, ja. Ja, weil die sicher waren, hatte ich es halt so gestellt, dass wir beides sehen können. Ja, das ist ja okay. Hm. Ich bin für Dots. Nur weil du Dots gerne magst oder weil du es glaubst? Geister. Benji, Hanto, Obake. Obake, Hanto. Also, Benji. Benji könnte man mit einem Parabol auch erkennen, weil der ja so schreit. Was anders interessant, ja, ich glaube schon. Ja, aber Benji hört man doch nur bei einer Jagd schreien, oder? Ne, kannst du so. Dann hörst du so, dass Parabol hat da so einen eigenen Schrei. Du bewegst zumindest die ganze Zeit dadurch einen Laser, also der ist da an der Tür am Rufenwandern. Lieblicher Gesang. Ich hab mal die Camp gewechselt auf die im Badezimmer. So, was war das andere? Gefrier. Ja, Dots. Dots. Wow. Wow, Hespi. Dein Ernst? Dein Ernst? Wieso weißt du, du spielst nicht mal mit? Du weißt es schon vorher. Das ist lächerlich. Ja. Es waren die Dots. Sie spielt nicht mehr mit und weiß es schon. Ja. Ja, wir sollen nur noch unter 25 Prozent kommen, Durchschnitt. Das lohnt sich nicht, weil wir sterben, Cloud. Ja, ich weiß. Wir könnten auch noch Fotos machen. Drei Stück. Das gibt natürlich schon noch Kohle, ne? Äh, Salzspuren. Ich hab ja Salz gelegt. Können wir zu uns machen. Ja gut, dann, äh, Kamera liegt drin. Äh, was nimmst du jetzt noch mit? Äh, ich hab Rauch mitgenommen. Was war das andere nochmal? 25 Prozent, ja. In der Garage ist ein Versteck. Garage. So, Fotos hätten wir. Können gehen. Ja. Bleib auf, bleib auf, bleib auf, bleib auf, bleib auf. Johohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Du hast es am Rücken zugeschallert, einfach. Oh weh. Ja, dann können wir von mir aus... ...schon fahren. Oh, das letzte waren zwei Fotos. Ofen. Guck mal hier, da. Gefundene Wünsche, hab ich alle voll. Keiner kann mir was. Welches Objekt habt ihr nicht mal? Nochmal. Welches Objekt habt ihr nochmal? Verstehe die Frage nicht. Was meint die mit... Was meint sie mit Objekt? Ja, ähm, wer ist der Shit? Das Weeja-Brett oder was hatten wir? Cursed Object? Ne, ich hab's nicht gefunden. Ich war nicht im Keller. Ich hab keine Ahnung wo die liegen, ich hab was dir gemacht. Ich war nicht im Keller. Ich hab... Es war keine Box, es war... ...keine Puppe, es war... ...keine Tarot-Karten. Also keine Musikbox. Es war kein Ouija-Board. Das heißt, es war entweder... ...die Affenhand... Ah ne, die Puppe ist im Schlafzimmer, ne? Also ich hab geguckt in dem Zimmer... ...rechts in dem Schrank. Das ist glaube ich die Affenhand, nicht die Puppe. Also entweder war es dann die Hand oder... ...unten im Keller das, ähm... ...Circle. Ich hab auf jeden Fall kein Object gefunden. Ich war aber auch nie im Keller gewesen. Ich schau mich da nie nach rum, weil ich das sowieso immer verbinden. Ja, Foto kannst du ja machen davon. Gibt ja auch ein Drei-Sterne-Foto, wenn du lang genug bist. Okay. Ähm... ...noch mal die gleiche oder ne andere Map, oder? Oh, Fabian ist die gleiche. Die macht wenigstens Laune noch. Ihr könnt doch gleich nochmal den Leuchtturm machen. Die ist halt nicht so super riesig, der Leuchtturm. Nie. Dann ist halt wieder ganz oben. Irgendwann, solange ich sterbe, ist das okay. Ja, okay. So, jetzt passt auf, wir schnell reinladen. Start. Gut, 90, zack. Und beide laufen schon. Beide laufen schon. Es ist einfach... ...ein Next Level Shit. Wir nehmen das mit, wir nehmen das mit, das mit. Und... Ja, haben wir noch nix. Strom ist natürlich wieder keine Lockdown. Ja, ich geh. Curse Object. Mal gucken, was wir kriegen. Alter, wie knapp das eben war. Hinter uns die Türe zugegangen. Mach nicht zu, mach nicht zu, mach nicht zu. Ja. Ist aber auch so. Das haben wir nicht. Box haben wir nicht. Versteckt haben wir... Nicht. Ouija Board ist ja oft... Irgendwie fühlt sich das an, als wäre das Ouija Board oft... ...in diesem Raum. Strom ist an. Spieler nicht. Spiegel. Wir haben Spiegel. Ah, okay. Garage. Was ist das für ein Alarm? Das Auto. Dafür gibts den Schlüssel vorne, wenn du reinkommst, links in der Schale. Damit du das Auto ausmachen kannst. Irgendwie werfe ich das? Geh, danke. So. Ich habe aber nichts krabbeln gehört, also wird hier auch wahrscheinlich nichts sein. Ich lasse das aber erstmal hier liegen. Die Temperatur ist eh noch nicht so weit. Nein. Kannst du ja schon mal hier ein bisschen... ...die anderen Räume... ...aufwärmen. Was war das denn? Luigi Board? Luigi Board? Luigi Board? Nein. Nija, Mann. Nija Board. Ich hole direkt eine Cam und einen Dots mit. Dots. Ja. Cam. Drauf. Ähm. Buch. Und das hier. Zack. Gehen wir weiter. Aha. So. Dann gucken wir mal, was wir schönes kriegen. Ein Dämon wär doch was, oder? Das ist ja hier so unfassbar dunkel. Cam. Wo machen wir die Dots? Ich mach die mal. Ich hab mal hier noch einen Kurzi hingelegt, ne? Ich weiß nicht genau wo. Ich hab's einfach mal hier hingeschmissen, neben das Auto. Ja, okay. Das ist okay. Das Buch. So. Wenn ihr Fragen habt. Loon oder so. Ne? Haut alles raus. Weiß ja nicht, was man kennt und was nicht. Sechs. Es ist aber... Chill. Kalt. Okay. Buch. Dings. Dots. Ops. Hab ich nicht geguckt. Macht Cloud wahrscheinlich gerade. Hm. Das heißt, wir haben aktuell noch keinen Beweis gefunden. Und? Siehst du was? Sehr nicht. Ein bisschen Sanity pushen. Während sie die Geist während der Jagd mit einem Räuschwerk ab. Ah, okay. Eine Aufgabe für Cloud später. Sehr gut. Und... Box. Salz. Bewegung. Ich weiß nicht, ob die Dots da gut gesetzt sind. Sind die Dots da? Kann man die besser setzen? Ja, ne? Auf jeden Fall kann man das... Das war auch dumm gesetzt. Bist du da? Bist du freundlich? War da Dots? Bist du hier? Bist du da? Bist du freundlich? Bist du ein Kind? Bist du hier? Bist du freundlich? Bist du da? Bist du ein Kind? Bist du hier? Bist du freundlich? Okay. Sehr... Ohne Tast... Ne. Drei Grad. Ich steck mir hier noch eins hin. Ein Grad. Ein Grad. Ein Grad. 0,7 Grad. Also es geht wahrscheinlich auf Gefrier. Event, du Feigling. Ich hab wieder aufgelaufen. Okay. Es ist sehr, sehr kalt. Oh. Fünf. Fünfer. Hab ich denn Salz eigentlich schon? Ne. Fünfer EMF haben wir klaut. UV. Machst du Fuß? Haben wir Kamera hier irgendwo, ne? Äh... Warum sieht man das? Ich hab doch gar keinen... Ach, die UV-Lampe liegt da. Glücklicherweise genauso. Ja, hab ich da hingeworfen. Wie gut! Weil ich halt krass bin. Wie gut! Ja, dann, äh... Lass das mal rausgehen und gucken. Du machst das auch lieber draußen? Ja. Ich hätte gerne ein Shade, bitte. Wenn das jetzt ein Shade ist, raste ich aus. Ich mein, technisch gesehen, wenn es gefriert wird, dann haben wir doch alles. Dann ist es Gin. Ne, geht nicht mehr. Okay. Du sagst, du warst schon bei 0, irgendwas. Ja. 0,7 war glaub ich... Box, genau. Box geht nicht, das passt sogar. Geister Orb, hast du was gesehen? Ne, ne? Na, wir können ja nochmal nachdrucken. Gin wäre wahrscheinlich eine favorisierte Wahl. Okay. Du könntest nochmal ein Foto von einem Salzabdruck machen. Was sagst du? Ich dachte, du könntest hier nochmal reinfeifen. Ich pfeife mir was. Mh... Keiner bewegen, das Sensor ist so schlecht gesetzt. Aber YOLO. Da haben wir nichts gesehen, ne? Bisher gar nichts. Weder Dots noch Orb. Buch ist auch nichts drin. Ich würd sagen, das gefriert ist der Gin. Wahrscheinlich... Gin gibt ja auch... EMF, meine ich. Am Stromkasten. Ich geh mal dahin. Ich guck mal, ob ich da was finde. Bin mir aber nicht sicher, ob das der Gin war. Der am Stromkasten... Wo ist denn? Stromkasten. Er muss den Strom ausmachen, damit der schwächer wird. Oder was? Nee, warte. Ich guck erst nochmal hier. Verkehrt sich erledigt. Wir haben einen Gefrier. Ja, das ist Gin. Mega gut. Zwei oder fünf beim Stromkasten. Ja, fünf beim Stromkasten sogar. Okay. So. Alles klar. Cloud. Ja. Wir können Gin nehmen und hauen ab. Ja. Äh... Das war Gingo. Achso. Nee. Geh noch mal... Geh noch ein Salzfoto machen. Damit wir das voll haben. Hier mit. Aber stirb nicht dabei. Hier ist nicht noch ein Räucherwerk zum Schiffen. Cloud. Zwei oder fünf. Von welchen von den ganzen Salzhaufen hast du noch keins gemacht? Das ist egal. Du hast noch keins gemacht. Deine Zellen alle eigen. Liebe Salzfotos. Gucken, dass die Tür auch offen bleibt. Er hat's. Sehr gut. Dann fahr direkt. Hätte noch die Jagd machen können, aber... Ich habe direkt den Eingang gestellt und mich hier erstmal abgefangen. Nehm. Mit einem Event oder was? Ja, ja. Achso. Dann fahr ich. Cool. Wir tragen zu diesen 93% bei Cloud. Aber echt. Jin. Du hast schon wieder den Knochen nicht gefunden. Ist das nicht meine Aufgabe? Doch, du hast doch den Futter parat. Ja und? Wie, ja Hund. Du bist ein Hund. Ja und? Achso. Du bist ja auch so Hund. Okay, ich würde sagen... Wir machen mal Leuchtturm. Oh nee. Guck mal, 94? Hoppala. Ne. Ich dachte ja, das steht 94. Das sieht nur so aus. Das wird nur katastrophal. Ja. Das wird super Mist. Achso, ich muss ja drücken, ne? So. Na, Stromkassen ist schon direkt die erste Ebene. Ist doch super. So. Nicht an EMF. Dis, dis. Nehmen wir mit. So, Cloud. Und Knochen. Ich habe keine Ahnung, wo die Cursed Objects sind. Wo sind die Cursed Objects? Hespi? Weiß nicht Hespi. Oh, hier ist die Tür auf. Warum kann ich die Dusche nicht aufmachen? Such Moos ins Bett. Gute Nacht. Eine gute Nacht. Nun. So. Hat er? Hat er es gemacht? Schön. Die Probe ist an. Unfassbar dunkel. Einfach. Ist hier gar nichts. Ich glaube, der Leuchtturm wäre schon wieder so eine Taschenlampe mittlerweile besser. Gefühlt. Hallo. Ich hänge am Stuhl fest. So. Ein Brett habe ich gefunden. Aber ein Reacher war das nicht. Ist doch mehr zu lange. Wir arbeiten ohne Cursed Object. Zu dunkel. Ach, das ist eine Uhr. Ich dachte, wer schreibt denn da? Das rote Licht. Ich finde das so cool. Mit dem roten Licht. Das sieht halt mega gut aus. Kann ich mir noch hier so ein Dings. Könnte ich mir mitnehmen. Streichhölzer. Warum nicht? Dage. Uh. Nett, dass du mir deine Leute anvertraust. Wie war Resident Evil? Habt ihr eine gute Zeit gehabt? Vielen, vielen Dank für den Raid. Schön, dass ihr reinschaut. Ich habe Cloud zu Phasma bekommen. Und er hat den Spaß seines Lebens. Da aber nichts mehr. E-MF greift wieder nichts. Hand läuft auch noch nicht. Wieso geht das Versteck auch nicht? Wieso sind die abgeschlossen? Ist das so? Nö, gar keine Ahnung. E-MF halt wieder nicht sicher. Strom ist ja an. Oh, oh nein. Oh nein, lauf! Ist er wieder hier? Ja. War das ein Event? Ich weiß es nicht. Ist vorbei. Ja. Okay. Dass ich das überlebt habe. Das war ja mehr als Glück. Ja, das ist wieder da oben. Ja, das ist wieder ganz oben. So eine Scheiße, Alter. Die war aber unfassbar schnell. Ich will jetzt sterben. Fünf Grad. Und tschüss. Ich muss leider Sachen holen. Ah, scheiße. E-MF nur sicher wie der Anwender. Bin ich? Hat doch funktioniert. Ich habe zu früh gemeckert. Mal wieder. Bis ganz oben. Hast du denn auch gehört, wie der so unfassbar schnell die Treppe runter gelaufen ist? Oder habe ich das verhört? Äh, kann sein. Ich bin... Ist gerade eine Hand. Vollspritt die Treppe selber runter. Ist gerade eine Hand. Strom ist noch an. Okay, Hand ist vorbei. Ah, mein Prozent ist ja radikal gesunken. Ja. Äh, ja. Die Kamera und so einen Scheiß hoch, ne? Ich nehme jetzt einen Kruzimix. Ich habe eine Geisterbox, ja. Kruzimix? Nein, Kruzimix. Ja, Kruzimix ist auf jeden Fall gut. Erstmal dieses Kack-Ding bis nach oben schleppen. Na ja, dann. Auf. Dann direkt Orbs, Dots und Gefrier und dann gehen wir raus. Äh. Ja. Wenn jetzt einer stirbt, hat der eine richtige Arschkarte wieder. Du stirbst so oder so. Ja, wir haben bis jetzt beide immer überlebt. Aber wir spielen gerade eine Map und wir sind ganz oben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir das nicht überleben, liegt eigentlich bei 95 Prozent, würde ich sagen. Ich, ich, ich gehe sehr stark davon aus, dass einer von uns beiden stirbt. Ich gehe davon aus, dass beide sterben. Pst. 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 Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Der Leuchtturm, ey. Lass uns ein Leuchtturm-Werther werden. ja klar hat ich trappe hier so weit das kreuz sehr gut dann was hier bist du hier war die wende müsste eigentlich weil kreuz lag ja da das dort besten mf hier genau bist du hier bist du hier bist du freundlich bist du ein kind erwachte muss hast du nicht aus ich gehe mal gerade weg ja ach sightseeing tour guckt euch das mal an wie schön jetzt komme ich rein es klaut so und hochschrieben fotoapparat habe ich keins liegen lassen dann habe ich wieder mit runter genommen gehabt und nicht wieder genommen wir haben ob es klaut klaut das hört was denn wir haben orbs und wir brauchen das kreuz das ist aber schon mal ganz gut wenn wir jetzt aus dem van dort sehen klaut dann heißt es abfahrt egal was die ausgaben okay okay können der leuchttaub ist eigentlich finde ich den ganz cool aber der ist halt auch groß da kommt das viel mehr sendet jetzt ich ja viel mehr packen alles mit den ort auch ganz warte mal ob und buch das heißt mara remnant können sie auch noch dort sein ja könnte das dort liegt aber es ist sogar es könnte auch bock sein aber box habe ich echt lange probiert da kam nix sonst gefrier noch gefrier was war der letzte stand den ich bei gefrier hatte also ich habe gerade auf die kamera dann gucke ich ob ultraviolett ja salz könnte man noch hinlegen und gucken ob wir ultraviolett spuren kriegen ich gehe da nicht mehr um glaube ich jetzt erstmal dass er nicht ist buch ist es gewesen revenant oder taille so mf fliegt raus warte ja mf fliegt auf jeden fall raus ja ultraviolett fliegt auch raus dann können wir es mit dem salz auch sparen ach so das was du gesagt hast ne gefriert dots oder buch der box gehst du davon aus dass wahrscheinlich nicht ist ja bleiben ja bei element oder teil also ich meine bots die box habe ich ja länger probiert keine ahnung da kam halt nicht eine antwort ich hatte lichter aus du bist drin gewesen du bist nicht drin gewesen also also teil ist ja auch was dein geste ist auch schnell am anfang wird langsamer mit der zeit wir müssen noch mal wer dort ja tatsächlich ja hat er sonst irgendwas an stärken schwächen oder mal ja so anfangs schnell und später langsam ein foto vom geist ja ich hatte kein foto dabei der war ja oft im event hätte ein paar chancen gehabt okay sind alles kack aufgaben für uns zumindest das also was sagst du hoch salz probieren und das aber nicht alle totems gefunden ich war ja eigentlich überall drin ich war auch ganz oben bin außen rum gelaufen ich habe keine mehr gesehen hat so leuchtet mich 7 weil du hast du vier also gab es auf jeden fall mehr als vier ich kann es dir nicht sagen ok ok wir sollten ein anderes dort noch setzen anderes dort sich noch mal kurz sie mit ja den rest haben wir doch oben ne äh räucherwerk brauche ich denn aber auch noch wenn wir hier schon mal da oben sind ich hab glaube ich ja da kann ich noch was nehmen dort ich hab keinen platz mehr eigentlich außer ich lass mal die taschen am bieten zweite kamera ne der könnte mittlerweile schon gewandert sein aber ja man sieht auch keine Orbs mehr ne tja warte ich drehe mal die cam wir haben zu lange gewartet naja zweite cam wäre noch interessant unter umständen aber aber die frage ist es denn eine etage tiefer wahrscheinlich nur ne woanders kann ja schlicht ich nehme mal warte mal ich glaube da war ein dort äh norb ok dann lass uns schnell hochgehen gucken wir mal was wir da machen können ich geh ja schon vor ich geh ja schon vor wenn er jetzt handelt wäre es ja noch ok ich hab nicht geguckt wo die Verstecke sind unten ist eins der Schrank war ja zu da komm ich nicht rein da geht es auch nicht Strom ist immer noch an tatsächlich Strom ist noch an hier gäbe es die Kisten zum verstecken ja hier auch ne ne du musst wahrscheinlich da ganz unten laufen ja hier kannst du auch verstecken hinter der Wande vielleicht auch noch eine gute Möglichkeit da habe ich auch hinter geschaut da war auch kein Ding ins hinter soll ich ja das Kisten ganz oben wieder legen wollen wir auch die Cam haben oder lieber ne äh hand gerade ist gerade hand hier gab es kein versteck noch hier gab es auch ein versteck ich will gerade kurz hier hin ja ja ich würde sie oben wieder dahin legen ja was da drauf lag wieder rein cool der ist ziemlich langsam Ich markier das schonmal Ja der ist ziemlich langsam gewesen Also der ist jetzt schon so sehr gealtert Kann sein Panik haben wir schon Vergiss es Ja Panik Bist du hier Ja dafür muss ich weg sein Bist du freundlich Ja warte ich kann auch hier geben Ich gebe es dir viel Spaß Minus im Gefrier Geben Gefrier Also Revenant Ja Kein doch kein links ja Sehr gut Das ist unser erster Löscher im Runde ja oder Ja Wieso war der denn so langsam So viel Zeit muss sein Ähm So viel Zeit muss sein Ist ja nicht nur schnell wer der dich sieht Ich habe keine Ahnung Weil das aller erste Mal war der so übelst schnell Und dann Das ist richtig Ja da war er sehr langsam Und jetzt das Mal saß man hinterm Schrank und der ist ja gechillt die Treppe runtergewandert So wie ich So wie ich Im echten Leben Ist das hier War das nicht hier bei dem Wird schneller wenn er seine Opfer jagt Und bei der Treppe hat er uns ja gejagt Versteckt man sich so bewegt er sich sehr langsam Ist ja seine Aha Ja ok da passt das natürlich Steht in dem Buch drin Genau Revenant wird nur schneller wenn er es sieht Irgendwas auch Der hat uns nochmal in dieser Farmhütte Hat er mich doch zu Tode Bald retiert Ok Das hat funktioniert Geräuschert Nice Ja dann Was haben wir jetzt eigentlich 12 Du hast Knochen nicht gefunden Hätt doch nicht einmal den Knochen gefunden Fuck you such mal selber Ich habe aber auch nicht geguckt Muss ich sagen Ich habe zwar ein bisschen geguckt Aber ich weiß halt auch nicht wo die überall liegen könnten Ich würde jetzt wenn ich jeden Zentimeter suche Dann brauche ich noch länger Wir haben eh nicht viel Zeit Ja das stimmt Aber Also nochmal Leuchtturm mache ich nicht Das war eine gewonnene Runde Das reicht So Leuchtturm Wähl dagegen Und was wird's Let's go Hat sich durchgesetzt Ich gewinne nie Richtig so Ja eben unverdient Genau so ist das Garage Ja cool MF Parareader Gucken wir nochmal Zack Spieluhr haben wir Mach Foto Wacht Bleib mal hier Ich will das jetzt nochmal testen Ich habe das schon ewig nicht mehr gemacht Könnte sein dass wir sterben Aber Oh mein Gott Ist ja dein Geld Ja Hörst du den jetzt? Wieso gehen die Türen nicht auf? Hörst du den singen? Nee ne? Ja doch Wo denn? Na schade War zu spät Ich habe den irgendwo gehört Ja er ist zu weit weg gewesen Von uns Aber hier irgendwas in den singen gehört Ja irgendwo habe ich Den hier singen gehört Meine ich nämlich auch Aber der ist nicht im Eingangsbereich Selber hätte er uns getötet Da habe ich mich nicht drüber nachgedacht Da kann er nicht sein Der könnte Vielleicht unten im Keller Genau vielleicht könnte er dann im Keller sein Das kann sein Dann ist er unter Dem Garagendings Ja jetzt natürlich dann Unlucky gelaufen Achso Der ist eben Hörstück weggeworfen Ne Das habe ich für die Agenau Für die Für die Box Habe ich Der war umhunden Ich habe das nicht mitgekriegt Nice Oh das ist eine chillige Runde Ich liebe es So Cloud Wo bist du Oh ich kann Ja Voll gut Warum sagt der denn nicht Dass eine Hand ist Boah das sieht tot Ja ganz anders aus Oh Mann Cool Das sieht die Symbole Viel besser Hä Ja es ist der Keller Wie gedacht Wie wir es gedacht haben Deswegen haben wir den auch so schlecht singen gehört Aber wir haben ihn gehört Okay dann klingt das so Das muss man ja Auch üben Als Cloud im Fan oder was Ne der würde die Hand ja nicht machen Womit er denn so schnell Ist er hier um der Ecke Oh ja Sehr schön Dann müsste er jetzt ja wissen wo er ist Wo denn Hä Wo könnte er sein Ich lege es einfach mal hier Der ist doch bei dir Boah und dem Keller Oder nicht Da ist der Lappen Das ist der Lappen Ja Grip So viel Zeit muss rein Hätte er mir Bescheid gegeben Dass es eine Hand ist Hätte ich mir vielleicht überlebt Cool Was macht er Ich hab Ich hab ganz großes Vertrauen in Cloud Dass er das gemeistert kriegt Ich hab keine Ahnung wo er liegt Wo er liegt Wo der Geist ist Achso Ich weiß nix Ich weiß nix Ich hab noch ein Noch ein Kruzi Das lege ich in Ich weiß nicht mal wo Ja das Kruzi macht erst Sinn Wenn man Raum weiß Das stimmt Ist das EMF? Ja Dann muss ich mal suchen Perfekt Such im Keller Der ist im Keller So wie du es eben selber vermutet hast Geh in den Keller Geh in den Keller Ja ich mein Wo könnte er sein Ich war unten im Keller Als er gehandelt hat Und ich mein Der ist nicht im Keller gestartet Achso Meinst du nicht? Knochen Knochen Ja man Was dann jetzt? Geht er Futterbarat holen Achso Ich hab hier die Feskamera eingeschmissen Ja Ja warte warte Sehr gut Aber Knochen Ist er nicht hier im Raum Nee Hab ich glaub ich geguckt Ich glaub da war nix Was Strom denn noch an? Was Strom denn noch an? Der EMF zeigt mir auch absolut nichts an Keller Der oder der hinten? Ich hör doch das EMF Flur kann auch sein Nee dann ist er im Flur Nee Garage war da nicht drin Dann hätte ich mir in Garage hätte ich mir in lauter singen gehört Flur Ich sag Flur Alter meine Scheiß Die ist doch noch voll fein Ach ich mein es ist eine Aufgabe Räucherwerk in der Nähe zu benutzen Dann gehe ich rein Räucher einmal im Flur Wenn da nichts ist Räucher ich einmal in die Garage Und dann finde ich sie raus Hoffe ich Auch eine Methode Tatsächlich Auch eine Methode Verschwende zwar Material Ach nicht den Flur Ach der glaubt es wirklich Dass das oben ist Ist der jetzt noch oben gewandert oder was? Der war doch nicht hier oben Der kam doch die Treppe hoch Oder ist der eben runtergelaufen? Okay wenn ich der Dumme Das aussieht mal wieder Hier ich hab mein Katzenbild Haha Ich hab mein Katzenbild Nice Oh ja Da seh ich mich komplett Da kommt da Mit der Cam Während wir uns die ganze Zeit Das Katzenbild angucken können Ist das nicht super? Haha Mit Sonnenbrille Oh ja Ich war halt auch oben Als er angefangen hat Ich hab ja nicht Ich hab ja nicht mitbekommen Dass er gehandelt hat Und ich war ja hier Und dann bin ich ja rausgegangen Weil ich was holen wollte Und dann war die Türe zu Oder ist er wirklich Genau da gespawnt? Hab ich so viel Pech gehabt? Schließe ich jetzt nicht aus Schauen wir mal nach Orbs Vielleicht hab ich ja Glück Ah ist ja nichts mehr Schade Wobei die Frage ist Ist das Räucherwerk Auch so ein bisschen reich Dass ich möglicherweise Ein Nebenzimmer mit erwischt hab Oder ist das nur da Wo ich stehe? Es kommt ein bisschen Aufs Räucherwerk an Ein bisschen Bereich Hat er schon Aber nicht so viel Ein paar Zentimeter Ist ja das Schwächste gewesen Was er glaube ich genutzt hat Das war glaube ich das Rundgegen Auf der Cam ist nichts zu sehen Guck Dann nehme ich mal Ich kann immer sprinten Wenn ich tot bin Das ist so schön Doch zum Buch Ich bin gespannt Wenn er gleich mal Spont der Geist Wo der ist Also wenn er hier ist Ist er gewandert Weil wir haben die Musikbox verwendet Du hörst ihn bis hier hinten singen Dann Wir haben ihn in der Garage Aber leise singen gehört Also ist die Wahrscheinlichkeit Dass er unter uns ist Hoch So Einzige was passiert sein kann Ist dass er schon gewandert ist Was früh war Ist ja nicht ausgeschlossen Aber dass das Räucherwerk Hier oben gegriffen hat Das finde ich komisch Ah hier sind 22 Grad Hier ist es nicht Ja genau Das hätte mich jetzt auch Das hätte mich gewundert Wie Strom ist das noch an 21 Hey Greift das Räucherwerk Bis nach unten Ich sag immer noch Keller Er hat doch Er hat im Keller EMF gehabt Also er hat ja im Keller EMF gehabt Also er müsste ja Mit dem Räucherwerk Bitte 822 Oh the fuck Geh Geh in den Keller Geh in den Keller Da kommt er hoch Oh das war es Wir klauen Der ist schnell Könnte es ja nochmal sein Ich meine Das ist ja jeder schnell Irgendwie habe ich auch das Gefühl Benji Ne Im Keller Reitschu Okay Du verlässt mich dann nach 2 Minuten Und dann meckerst du auch noch rum Was soll er Ich meine Du hast doch im Keller EMF gehabt Also stand der Keller doch fest Ja aber laut dem Ding Hat er in der Richtung gezeigt Wo eine Wand war für mich Da konnte ich halt Also ich glaube Dass der im Flurkeller war Also im Flur vom Keller Aber wie weit reicht denn denn An euch Aber ja Jesus Ja das hat mich auch gewundert Also da war ich auch verdutzt Komm wir kriegen da Also ich bin ja nicht In die Nähe von der Kellertür gekommen Ne Das habe ich Deswegen war ich auch so verwundert Aber Weil wir hatten ja oben Die Musikbox abgespielt Und wir haben den oben ja Nur ganz schwach gehört Deswegen War er oben nicht Da muss der im Keller gewesen sein Und du hast im Keller EMF bekommen Ja gut Ich habe mich dann das Räucherwerk verlassen Ich dachte das hat jetzt nichts 5 Kilometer Reichweite Ja das Räucherwerk habe ich auch verdutzt Da war ich auch erstmal so Hm ist er gewandert Also aber Ja ok So fand ich dann schon echt frech So schnell Geht's dann ne Los Dämon Ich will den Dämon Also direkt sterben Der muss sich ja direkt rauslaufen Damit das doch Knallt hier Ich will den Dämon Bist du bescheuert? Ich will sterben vom Dämon Über seine Fähigkeit Hast du geguckt wo Strom ist? Nö Tatsächlich nicht Aber Nur zwei Stellen Ok Strom ist an Alles klar Spiegel Äh Keine Ahnung Ein Schlafzimmer Was sieht das aus? Hast du dich in den beschissenen Spiegel geguckt? Wo willst du das wissen? Warum? Ja Nein Hast du mir jetzt rausfinden können wo du ist oder war du besitzt? Muss ein Schlafzimmer sein Ok Denke ich Oder die Küche Aber ich hab ja Ja nochmal würde ich da nicht reingucken Ne Da würde ich ein Foto verbrauchen können Achso Hinten in der Garage ist der immer Der hier müsste es wahrscheinlich sein Ne Hm Hä Hä Da waren doch Regale Und Fenster Hä Was Ok Muss man doch wieder normal gucken Ja Doch das ist der Eingang Jetzt erkenne ich es wieder Der ist hier am Eingang Lauf Shit Uff Ja Wir haben leider Cloud verloren Ja hier ist eben F Cloud Wir sind am Eingang Guck Und der krabbelt viel Glaube ich Dann sehen wir erstmal alles noch sehr Straight aus Wie siehst du denn aus? Achso Stimmt Ich hab Kano Wien Ja Cloud haben wir wohl verloren Äh Nicht meine Schuld Einfach mal so Eingang ist natürlich Hat er das Kreuz nicht mehr setzen können Glaube ich Wie geht's dir Xavier? Schönes Reinschaus Ja Das nehmen wir Legen ein Buch hin Und natürlich Ein gepflegtes Kreuz So 4 Grad Geht halt noch IMF Kommt nichts ne Erstmal Lassen wir den erstmal noch da Dreier Dreier Das reicht mir nicht Guck Wir holen doch den anderen Quatsch Ganz gut Und selbst Ich werde krank Ich bin krank Ich werde krank Ich äh Bin verschnupft Und ja Kämpfe mich da so ein bisschen Durch die ganze Scheiße durch Kruzi Zeuge Okay Salz Aber irgendwie Ich muss wieder ein bisschen trinken Ich schaffe es nicht mehr mir ordentlich Tee zu machen Oh hier 5er IMF Haben wir es doch gerade noch mitbekommen Sehr schön Äh Boah ich weiß es nicht Ich mache es jetzt gerade mal hier hin Was sagt Temperatur 3 Grad 2 Grad 2 Grad 3 Grad Hier ist nix Mit meinem Fußabdruck drin Dass wir den irgendwie erkennen könnten Äh ja Wir wissen dass du das bist Genau das könnte ich ja nach Obst und Dings mal gucken Buch Was sagt das Buch Ist das schon gelegt Oh er wollte handen Bist du hier Bist du freundlich Bist du da Bist du ein Kind Bist du hier Bist du freundlich Bist du ein Kind Bist du ein Kind Bist du da Bist du freundlich Das ist ein Event ne Ja Das ist nämlich gut Weil ich hab nix gesehen Äh Bist du freundlich Bist du da Bist du ein Geist Haha So Was beschwörst du da Ich versuche ein Geist rauszufinden Erstmal lecker Frikandel Dann geht es dir besser Ich hab keine da Orbs Cloud Cloud Wir haben Orbs Was hat man denn noch MF5 Wir haben Orb Oh das schränkt das aber stark ein Ultraviolet Obake Könnte es sein Geisterbuch fällt raus Da brauchst du das auch nicht mehr reinbringen Gefrier fällt auch raus Dots könnte es sein Geisterbox fällt auch raus Okay Dots Oder UV Ich tendiere auf Dots Dots Auf den Tisch kloppen V Ich könnte Salz mehr in den Raum legen Ich bin nicht so zufrieden Mit dem Dots Wie das hängt Das ist irgendwie nicht so geil Ich bin da nicht so ganz Weil die sich so bewegen Ist das gut oder schlecht Manchmal Hat ein Salzstreuer Zwei Oder Der hat das Buch Weggeworfen Ja ich weiß auch schon Dass du das Buch nicht willst Ein Salzstreuer Hat immer mehr Löcher Als Pfefferstreuer Ist doch logisch Das weiß doch Jedes Kind Ähm Jo Hör auf was zu werfen Ich hol mir nochmal Einen zweiten hier mit Und Nochmal ein Salz Und Ein Räucherwerk Bin auch noch mit Was ist mit Fotos Das ist doch immer schlampiger Deine Arbeit Guck mal Der wirft bis in den Fähnen Das ist bestimmt ein Foltergeist Wie kommst du immer auf solche Sachen Oh nein Das Katzenfoto Es ist das Katzenfoto Er hat das Katzenfoto genommen Und es steht auch noch so perfekt An dem Monitor gerade Oh mein Gott Äh Ich nehme mir noch was Leckeres hier Ich habe ihn jetzt Mit der Sorgenbrille einfach Es ist kein Dotz Gucken wir mal Ob wir UV finden Ein Obake Vielleicht finden wir auch Ein leckeres Händchen Okay wir gehen mal rein Er klaut Auch das Geist Das Katzen Scheiß Ding da Äh Habe ich das an Ne habe ich aus Das da Das da Salzspuren Ja das war Leider nicht Ups Da gewesen Als er das gemacht hat Ah Jetzt sind die Inneinander Ich habe mich verdrückt Uff Wo ist die Kamera Wo hat die Kamera Schon wieder hingetan Der hat die mitgenommen Richtig Wo ist der eigentlich Gestorben der Lump Hat der die Kamera Schon wieder mitgenommen Wo liegt der denn Da Ganz schön fett geworden Aber Kamera ist hier Trotzdem nicht Ich wollte hier Foto machen Eigentlich Aber Dotz Ist hier nicht Ist der überhaupt Noch hier Ja Ist zumindest noch hier Dotz Tschüss Okay Dotz Raichu Sehr gerne Raichu Sag ich ja Ist unglaublich Unglaublich Brauche ich den nicht mehr Ich gehe aber nochmal Ich mache Fotos Für uns Cloud Weißt du wie viel brauchen wir Vier Eins Zwei Drei Vier Fünf Alter Schwede Hast du überhaupt Fotos gemacht Hä Da gibt es doch nicht nur Vier von diesen Event Dingern Oder Ist egal So Zack hier Zack da Zack hier Zack da Hatte ich irgendwo Zweieinander Ja ne Das hat nicht gegriffen Ne Das muss reichen Mehr habe ich nicht Achso Doch Hier die Leiche Von Cloud Zack Haben wir doch alles Fünf Fotos Noch gemacht Ist das eigentlich Gucken wir die mal an Hier Drei 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 Alle drei Aufgaben Perfektes Spiel Ich weiß es nicht Ob Die Tode Der Leute Auch dazu zählen Aber ansonsten Eine perfekte Runde Cloud Hast du eingeloggt Ja Nice Sehr gut Er hat gelernt Er hat gelernt Mega Nice Cloud Was hast du gesagt Ich habe doch gesagt Das ist im Wohnzimmer Habe ich den neuen Kopf Habe ich den neuen Kopf Ausrüstung Du standst direkt neben Nein Du sollst die alle aufheben Könnte Da lag noch ein Kuzi Die Kamera Alles Ich habe dann leicht Aber erst am Ende Ich habe die Sache Nicht gesehen Tatsächlich Die nicht gesehen Nice Das Hesse ist immer geil Willow Du bist auch Willow Fan Ist das auch die beste Map Ist nicht zu groß Ich finde hier auch Einer Das ist einer meiner Lieblings Maps Tatsächlich So EMF Zack EMF Geräte Paranormal mit dem Parabol Mikrofon Reinige mit Räucherwerk Easy Strom ist im Keller Ich gehe nochmal da runter Sag ich Sag ich nie Headset Nö Jetzt kannst du eins nehmen Das ist ein neues Das ist ein neues Ja Scheiße Was hast du gesagt Ach du Scheiße Muss ich die Nachtsicht auch ausmachen Wenn der Geist kommt Ja klar Das ist ein normales Ausdruck Das ist der Strom So Night Vision freigeschaltet Nice Endlich sehe ich was Mega Gut Ich brauche hier meine Kamera Mal mitnehmen Damit ich die Sachen auch machen kann Die Jörg haben wir nicht So Wurmen sein Guck 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 Keine Ahnung War das ein Van Ja Warum hat er denn die Tür geknallt Ich dachte so früh Hier mal die Tür auf Da ist es Was ist das Was ist denn das Was ist denn das Was ist denn das Dreadcorn Ja Was ist das Was ist ein Dreadcorn Ein Fending Ja keine Ahnung wie man das ausspült Das Halloween Emote Achso Habt ihr das bekommen Treadcorn Tread Ahja Ah hier Hier ist es Der Raum Kruzi Nicht auf dem Boden Sehr gut Nice Dann hat sich das Streamen gestern ja gelohnt Nice Drei Grad Strom hat er glaube ich gesagt Na da an Ja Ist das aufgeploppt Dass man das jetzt bekommen hat Oder was Kriegen das alle Du warst ja gestern zum Beispiel Nicht da Aber du hast das trotzdem Freigeschaltet bekommen Das wäre ja cool So 52 38 Erstmal aus mit dem Das Hier drauf Buch mit Dings mit Und Das mit Der hängt ja wieder Nur um Wer hätte ich mich gerade reingelaufen Ela Ja Anstatt dass Ela mal joint Kommen nur Sprüche Wo haben wir gesagt Da Haha Ja Frechheit einfach So Wie legt man jetzt das Dot I don't know Ich bin nicht zu Hause Achso Das ist ja klar Dann gehen wir auch kurz raus Hoppala Ein Moment Ich habe einen Fehler gemacht Hast du es gesehen Le Wo setze ich das Ist denn hin Ich bin so unzufrieden Mit diesen Dots Mach es einfach mal Gerade da hin Erst Samstag wieder Ah Okay Bist du hier Ne Tschüss Bist du freundlich Ja sowieso nicht Wie alt bist du Bist du ein Kind Ich gebe ihm mal ein bisschen Privatsphäre Mit seinem Schatz jeder Was treibst du denn Schönes Wo bist du denn unterwegs Hast du eine gute Zeit Ich hoffe Ich hoffe Hast du eine gute Zeit Jetzt kann ich ja mal gucken Was er hier treibt Orbs Wir haben Orb Oh das Kruzi Hat gegriffen Oder Das Dots ist schon wieder Nicht so geil Er wirft auf jeden Fall Schon mal ein paar Sachen Wir sind auf jeden Fall Richtig Das Buch liegt ja da Auf die Box Wollte da wieder nicht reagieren Ist das Kreuz gegangen Ja ne Äh ja Einmal ist es doch gegangen Ist das so aggressiv gemacht Äh das Buch weggeschmissen Parabol Mikrofon Das Buch weggeschmissen Ist schon mal gut Dann ist das Buch Schon mal gestrichen Können wir das ja schon mal Darauf Ja Reduzieren Das Buch wegschmeißt Ist vorbei Dann brauchst du gar nicht mehr auflegen Ist einfach uninteressant Okay Dann nehm ich einmal Räucherwerk mit Oder ist ja auch mal ne Aufgabe für Ich nehm auch was mit Einfach Die mir hier noch ein Fürs Schiss Wie läuft's Wir haben Ich glaub wir haben Eine Runde lagen wir falsch Ne Sonst haben wir Alles erraten Ja ich glaub einmal Sonst geht's Sonst war alles eigentlich ganz gut Tatsächlich Ja Besser als das Horrorspiel Was ich vorgespielt hab Das war Hat mich nicht überzeugt Das war eigentlich Nicht gut Tatsächlich Und ich habe jetzt Gerade freigeschaltet Hier Nightvision Mann Ich habe Nightvision freigeschaltet Ist das gut? Ich weiß es noch nicht Aber Wer ist Event ne Okay Macht ihr Stufe 1 Einer muss es ja tun Oder Wenn nicht wir das tun Oder sonst keiner Ah hier Irgendeine Kamera Wieder nicht Wo liegt ihr die Soll ich was fotografieren? Wo liegt sie die Ja bitte Dann haben wir UV Tatsächlich Benji ist immer noch drin Nice Habe ich hier noch was da? Die Dots wollte ich noch Einfach mal Gehäucher mal Wegnehmen Jo chill mal Wie viele Fotos haben wir jetzt? Alles voll Ist doch super Oh nein Doch Bevor das nicht abgeschlossen ist Machst du den Stream nicht aus? Jo Das war eben noch auf 94% Weißt du wie lange das noch dauert? Ja die mit dem Stream da Ähm 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 Was interessiert uns hier noch? Beweise EMF Kann es noch sein Das war eine dumme Idee Alter Ich war Ich war zu Du kriegst ja auch die scheiß Tür nicht auf Du bist genau so ein Feigling wie ich Ja Ach stimmt Wo ist denn hier Ähm Das hat mit dem Parabol nicht funktioniert? Er hat einen Schmutz Ja Weil der gerade Event hatte Das ist was du gehört hast Wo liegt denn hier das Ähm Was ist das so? Kälte Da Danke Kälte Gefrier Ciao Sehe ich auch so Das ist genauso wie Was war das Cloud? Dieses Playstation Jump Run Game Astro Bot Welches? Haben es durchgespielt Astro Bot Und dann hast du so Ja und jetzt machst du es noch Platin Das schaffst du doch wohl oder? Und dann fühle ich mich immer getriggert Genötigt Parabol fehlt ja noch mein Freund Ja es ist auf jeden Fall Handtue Aber es fehlt noch dass du das Parabol machst Ach komm ich gehe das Parabol machen Du hast mehr Sanity du machst das Mit mir fällig viel Du machst das Das sind wir uns schon mal einig Ich guck Ich guck gleich mal wie der Stand ist Ähm Der Weg ist ziemlich weit Das versteckt da hinten Das versteckt da hinten ist glaube ich keine gute Idee Richtig? Jeder versteckt sich ja immer im Raum So richtig hart gesotten Was sagen die Punkte aus? Dass da ja was passiert ist eigentlich Hier versteckt sie sich immer Hat es gegriffen? Das war doch was Mein Ding wird gegriffen Okay. Dürfst du wieder gehen? Okay, danke schön. Ich dachte, hä, war die so kurz? Okay, geht tatsächlich. Man sieht aber weniger, weil man das Ding ausmacht, ne? Das ist das Radio, was ich gehört habe. So. Wo ist das denn? Da. Wie viel? Ich habe keinen Bock auf das Parabol. Okay, komm, lass uns abhauen. Parabol ist ein richtiges Scheißteil. Ich hasse Parabol. Na. Komm, komm, komm. Kein Bock mehr auf Parabol. Ich will das Parabol hol. Das ist gar nicht Parabol? Keine Ahnung, ich kann mit der Parabol nichts anfangen. Das ist so ein richtig schwieriges Zeug. Das ist aber irgendwie sehr komisch. Ich weiß nicht, wie das ganz, ganz gut geht. Ja, wir haben fast alles. Äh, Hantu, hab Schatz. Ich gehe jetzt wieder. Wenn ich Samstag online komme und ihr habt die Stufe 1 nicht abgeschlossen, dann gibt es Ärger. Warte, wir gucken gerade mal, wie weit wir sind. Prozentual. Ja. 96, glaubst du? Ja, vielleicht. Ich sag 95. Oh, höf ich nicht mehr. Ich sag 95. Hey, Achievement, let's go. Was denn? Hantu? Ja. 95,56. 95. Na. Das heißt, wenn wir morgen aufstehen... Wie findest du Night Vision? Das ist sehr nice. Also, das findest du gut? Ja. Bei Night Vision ist das Ding gut. Ohne kannst du das auf diesen dunklen Maps vergessen. Also, das andere mit der normalen Lampe kannst du knicken. Find ich auf den... In Häusern find ich das okay. Aber in Farmhäusern. Strengt euch an. Schönen Abend noch. Ich wünsche auch einen schönen Abend. Habt viel Spaß, Ela. Habt viel Spaß. Genieß die Zeit. Zack. Ja, das heißt, du spielst jetzt so lange, bis du... Das freischaltest, ne? Das wär, was freischaltet. Bis du das freischaltest. Das Night Vision. Ich. Ja. Nein. Doch. 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 Und doch. Tju. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Hast du noch ein paar Reformen? Ja, Garage. Garage ist aber auch Türe auf. Strom ist an. Kein Versteck. Kein Versteck. Kein Versteck. Oh Gott. Überall keine Verstecke. Doch, hier ist ein Versteck. Das hab ich eben nicht gesehen. Uff. Ich hab jetzt sagen, wo ist das Versteck? Ja. Da hast du recht. Ja. Hab ich nicht oft, Hörberin? Hab ich nicht oft. Doch. Du bist so... Ein Recht Girl bist du. Ein Recht Girl? Ja. Keller. Uah. Ich hab keinen Bock auf Keller. Du auch nicht, ne? Ne. Hast du schon mal... Hab ich schon mal was? Ja, aber eh nicht. Hast du schon mal... Den Kreis gehabt? Hier ist auch ein Versteck. Hier im Versteck ist noch Foto, ne? Äh, ja. Mit dir zusammen. Hast du echt alle Lichter an? Hast du das in der Vitrine stehen? Liegen? Ich mein, ja. Wir haben... Das haben wir ja auf dem Campingplatz. Also nicht auf dem Campingplatz. Auf dem... Ja, irgendwas hat doch nicht gegriffen. Da haben wir doch gesagt, da müssen wir noch was machen. Ich mein, das wäre... Du hättest nicht alle Kerzen angemacht. Kann das sein? Ich mein doch. So, ich geh mal vom EMF weg, weil das... wieder nicht hilft. 7 Grad. Hier sind wir. Wow. Jetzt! Ich war zu schnell aus dem Raum raus. Raum hinten rechts, Schlafzimmer. Hier? Ja. 5 Grad. Kurz zielig. Sehr gut. Bitte schreibe Ihnen das Buch. Nö, ich schreibe nicht. Kein Bock. Kamera schmeiß ich mal hier hin. Wir haben ein Buch. Wie schnell. Kamera schmeiß... Lass dich mal hier liegen. Kamera. Der wirft viel. Eine Sanity ist noch bei der 40%. Das ist doch noch... Dufte. Das ist noch dufte. Kein Schau. Er durfte. Er mochte diese... Ist jetzt gestorben? Lappen. Lauf heiß aus. Ja, ich musste... Ich hatte Druck. Ich musste. Es ging nicht mehr. Es musste raus. Ich dachte so, ja, wenn ich jetzt dann nie... Ja, und dann habe ich die Chance genutzt. Bist du da? Bist du freundlich? Wie alt bist du? Oh, Box. Okay. Box, 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 Box. Buchbox. E-M-F. E-M-F war hoch. Spirit gar nicht so ausgeschlossen. Ja, drei. Weiß ich, ultra hoch, ne? Ja, Poltergeist. Er wirft viel. Hier. Sehe ich gerade nicht. Deogen. Ja, mein Versteck war kein Versteck. Kann ich nichts zu sagen. Ich war einfach... ...ein Opfer. Das kann einfach noch alles sein. Ekelhaft. Opf. Opf. Mare. Okay, Mare drei. Warte. Nein. Was ist... Was ist... Warte, lass mich mal gerade mit Mimik gucken. Geist ja... Gefrier, ne. Okay, dann... Ja, passt das. Mare. Abfahrt. Aber ich glaube nicht, dass er noch andere Aufgaben macht. Okay, es ist Mare. Ähm... Ich... Nee, jetzt nur halt Kognem-Geist-Werter-Jagd. Nein, danke. Und der Reiche durchstürt die 27%. Nein, danke. Ich würde gehen. Okay, dann... Oh, er sieht mich nicht. So. Ja, perfekt. Superdufte einfach. Ich nehme das geschmissene Clipboard mal als Zeichen, das ist noch mal gleich die Pizze. Ja, genau. Ich habe sich keinen Gegenstand geholt. Und Clipboard ist ja immer da. Perfekt. Das ging schnell. Mittlerweile bin ich ja Vollprofi immer. Mittlerweile? Dafür, dass du Vollprofi bist, hast du aber gesagt. Ne, mache ich nicht. Mache ich nicht. Mache ich nicht. Ich habe gesagt, es ist... Volldufte. Und dann hat die Hand angefangen. Das habe ich schon gar nicht mehr gehört über dem Dufte. Ja. Und ich war leider irgendwie gerade... Ich war nicht drauf vorbereitet. Ich habe nicht damit gerechnet. Tatsächlich. Weil hast du nicht ein Kreuz... Hast du es... Ja, keine Ahnung. Ich habe... Du hast dir das Radio nur gesagt, du bist bei 40%. Ich habe Kamera und so eingepackt. Sie läuft zur Tür. Die Tür ist abgeschlossen. Ja, also 40%. Danach ging die Hand auch los. Achso. Cloud einfach richtiges Naturtalent. Cloud ist sowieso so ein richtiger Gaming-Heini. Hast du jetzt Heini gesagt? Ja. Der ist so richtig... Hast du jetzt den Leuchtturm ausgewählt? Ja, was stellst du denn für rhetorische Fragen gerade? Also als finale Runde nochmal einen Leuchtturm? Let's go. Ja, willst du Finale haben? Ja, ich würde Finale machen. Okay. Finale Runde... Aber nur, wenn wir es schaffen. Sonst müssen wir noch einen machen. Park you. So. Willst du das nochmal machen? Ja, denkst du, ich höre bitte Niederlage auf? Dann machen wir danach Windows Street, wenn wir das hier nicht schaffen. Nur, dass wir ein gutes Gefühl haben. Sonst kann ich doch nicht schlafen. Dann nehme ich das Buch. Windows Street ist ja schnell, haben wir ja gerade gesehen. Ja, ja, gut. Räuchern, räuchern, noch mehr räuchern. Feuerlicht. Ja. Cloud wird wahrscheinlich morgen in Monster Hunter abgehen, wie die wilde Wurzel. Na, aber wir haben ja schon. Cloud ist schon Freak, eigentlich. Weil du krass bist. Beneidenswert gut. Eins, zwei. Freddy schaut vorbei. Dämon, komm und hole mich. Genau. Hier, Cloud, Cloud. Hier. Hallo, Foto. Ja, da sieht man mit dem Night Vision nicht so gut. Aber du hörst sie. Ich hör gar nichts. Ich hör gar nichts. Du hörst mich, meine liebliche Stimme der Vernunft. Hier, sagen wir mal. Eben, F5 schon. Ja, da kannst du jetzt weitersuchen. Ich mach direkt, Ruzi. Ruzi liegt hier. Das Buch hab ich auch mal hier hingeschmissen. Schreib. Moin. Ah, ich hab Strom nicht angemacht. Wie so ein Heini. Mist. Ich schreib mal alles hier hin. Schreib in das Buch. Bitte, danke. War das ein Event oder ein... Hand, oder? Ja, Event. Ich dachte, das wäre ein Hand gewesen. Ich hab echt gedacht, das wäre eine Hand gewesen. Weil ich die Treppe gehört hab. Aber es war Cloud gewesen wahrscheinlich. Jetzt braucht man ganz schnell die Kamera, bevor der Zeitpunkt abgefahren ist. Ein Buch hat er gesagt. Hat er schon hingelegt, ne? Krüzi hat er auch hingelegt. Das ist alles, finde ich gerade interessanter. Als die Box. Dann gehen wir doch direkt wieder rein. Wo ist das? Ist er jetzt im hinteren Bereich? Ist das ein Unterschied? Oder im vorderen Bereich? Wie stell ich die Kamera da auf? Das ist eine Aufgabe, die ich sehr, sehr selten mache. Kamera aufstellen. Fast nie eigentlich. Geht nicht zu meinem Repertoire. Was ist denn hier, ne? Ja. Boah, ihr macht in so einem Rundkreis. Er schreibt ins Buch. Hab ich gehört. Ich stell die mal hier hin. Ah, shit. Da hin? Ne. Hä, was war das denn für ein Geräusch? Irgendwas hab ich doch gehört. Sechs. Und die hinten. Ach, das ist die Uhr. Das ist wieder diese dumme Uhr. Okay. Okay. Hand. Die ist vorbei. Lebst du noch? Ja, es scheint vorbei. Ich bin auf dem Weg nach unten. Okay. Der Ausgang ist versperrt. Der geht aber. Das ist aber eng. Aber der würde gehen. Okay. Salz wollte ich eigentlich setzen. Es ist eine Frauenstimme. Ich weiß, wer das ist. Wer bestimmen will. Oh. MF-5. Das hatten wir eben schon. Ja. Ich glaube. Wie werde ich? Und direkt Hand hinterher oder was? Nee. Hä, was? Okay. Soll ich nicht so auf den Nerv gehen? Okay, zack. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist ja wie Hans-Attacken. Ja, das ist relativ aggressiv. Ich steh hinter dir. Aber du bist ja auch bei 0%. Ja, das ist wohl wahr. Kam der aus dem Raum denn? Also ich hab weder Orbs gesehen noch Dots. Ja, definitiv. Die ist vorne links an dem Ding gespawnt. Ja, eine Kamera und Dots wäre vielleicht noch hinter der Säule. Oh, Dots hab ich gesehen gerade. Jo, jo, jo. Dots. Dots. Natürlich Dots. Also Dots und EMA5. Korrekt? Ja. Stimmt. Ich hab Salz gelegt. Sie war bis jetzt nicht durchgelaufen. Wenn sie nicht durch Salz gelaufen ist... Das ist ein Gespenst. Dann hätten wir auf jeden Fall ein Gespenst. Könntest du mal gucken gehen, wie's aussieht. Buch fällt weg. Gefrier auch. Orbs. Ja, wissen wir nicht. Ich glaub, das Buch wurde auch weggeschmissen, oder? Er ist nicht noch da. Box. Box haben wir auch tatsächlich noch nicht probiert. Guckst du Kamera nach oben dann, oder was? Und dass wir die hintere Säule abdecken. Bitte? Ja. Und? Soll ich noch was mit? Ich nehm Räucherwerk noch mit. Das brauchen wir, glaub ich, auch. Räucherwerk. Geist. Feuerlicht ausblasen. Ja. Dann können wir auch mitnehmen. Eine kleine mit. Dann nehmen wir noch ein Kruzi mit. Ja. Warum nicht? Das. Das. Jetzt hab ich keine Ahnung mehr frei. Okay. Ah, bei der Nase ist es so zu. So. Dann lass uns das Ding mal holen. Ha. Nach Hause. Jo. Ich hör nur so. Iuuu. Auf geht's rein. Äh, verstecken. Die geht nicht. Die Tür geht nicht. Du musst hier rein. Jo, alles klar. Okay. Da bin ich nämlich leider drauf reingefallen. Bei der ersten Runde. Hab ich Glück gehabt. Wo soll ich die hinstellen? Hinten. Okay, Salzspuren haben wir da. Ja, hinten bitte. Okay, dann fällt Box weg. Brauch ich Box gar nicht probieren. Was haben wir denn dann noch? Dann lege ich mal hier das Kruzzi hier vorne hin oder eher weiter hin. Was hast du? Lauf. War Event, oder? Das war, glaube ich, die Wände. Ja, war ein Event. So, wir sind so Opfer. Hast du geräuchert? Nee. Ich räuchere. Das gefriert wahrscheinlich. Ich kriege aber nichts. Ein Grad. Eins, komm. Was ist der denn so viel hier? Das ist da. Das habe ich ja nichts mehr. Das fehlt uns noch. Futterapparat hast du gedacht, da. Äh, nicht hier. Der da. Also, das können wir hier nicht wirklich was testen, ne? Wir wissen ja schon. Der da. Kamera, hinten steht. Ich habe geräuchert. Ja, boop. Mach das Ding aus. Das habe ich nicht geguckt. Vorher habe ich nie irgendwas geguckt, ne? Ich kann gerade mal gucken. Jetzt geht es in die Fußspuren, natürlich. Da war aber auch, glaube ich, nichts. Guckst, ob du Orbs findest. Oh, nie wäre noch was für Eder zum Abschluss, ne? Was war das denn? Wer hilft denn so viel? Poltergeist haben wir doch raus, oder? Die ist in mir gespawnt. Die ist in mir gespawnt. Oh, das ist bitter. Wer ist das raus, Odi? Ist das... OV? Konnte ich gar nichts mehr gucken. Gojo? Du vor der Kamera. Sag ich, mein Gespenst fällt raus, weil... Naja, ich bin schon raus. Genau. Das heißt, es ist auf jeden Fall schon mal nicht boxt. Das könnte sein, ob Orb. Dann sehe ich aber keinen. Auf keinen von beiden Kameras. Das Licht vorausgebrochen lassen, sehr gut. Oh, nee, gar nicht so... Gar nicht so falsch, eventuell. Ach, der Dotz hat mir doch... Was hat mir nicht? Ultraviole hat mir nicht. Das war 1,1 Grad. Es ist nicht so... Es ist nicht so kalt. Aber 1,1 Grad ist auch schon recht tief. Ultraviole habe ich noch gar nicht groß gucken können. Also, Ultraviole kann sein. Ich habe leider die Fußspot nicht mitgekriegt. Orb, sagt Cloud. Hat er keine gesehen? Uni oder Goyo, wahrscheinlich. Ja, UV konnte ich nicht gucken. UV, ja, könnte vielleicht noch sein. Weiß ich aber nicht. Es hat leider in meiner Treppe gespawnt. Ich war zu weit hinten. Da kannst du nichts machen. So, ich gehe mal zu Cloud rüber. Was er sich da für ein Plan ausheckt. Das rauszufinden. UV, er muss ein bisschen UV mal gucken. Vielleicht nochmal Salz legen. Um frische Fußspuren zu kriegen. Um zu schauen. Okay, also ich habe jetzt die ganze Zeit die Kameras beobachtet. Es ist echt nichts an Orbs zu sehen. Auf keinen verwalten. Ja, dann glaube ich. Dann sind das auch keine Orbs. Dann wird Orbs wegfallen. Ja, UV, UV oder Gefrier muss es dann sein. Dutzwarn zu beobachten. Das heißt, es wären jetzt noch Gefrier oder UV. Gefrier oder UV, genau. Die zwei. Eins von beiden. Eins von beiden muss es sein. Das heißt Goyo oder Uni. Was können die beiden nennen? Auf jeden Fall stark zu lang. Die haben mir meinen Hals abgedrückt. Schweine. Oh. Oh. So weitgedrückt. So. War anhand der Statistiken im Buch, könnten es beide sein, würde ich schon fast vermuten. Ja. Weil er hat sich dort nur gezeigt, wo wir nicht drin waren. Das könnte der Goyo sein. Aber Uni ist auch deutlich öfter in seiner physischen Form zu sehen. Der hat ja auch die Events gemacht, wo er einfach rumstand. Ja. Das ist schwierig. Das Problem ist, ich bin bei 0% Sanity. Ja. Das ist stimmt. Ich habe nichts mehr da zum Reignjagen. Das stimmt. Bei dem Fuß in dieses Haus sitze, bin ich wahrscheinlich nett. Das glaube ich nicht. Ich glaube, du machst das. Ein bisschen Selbstvertrauen. Ich hatte Räucherwerk, ne? Ja. Katastrophe. Geht natürlich nicht, wenn er in mir spawnt. Ich dachte, ich hätte Platz. Ich hätte auch Zeit. Ich habe geräuchert, aber es hat nicht gezählt. Aber er hat die Treppe runtergeräuchert. Er ist nicht richtig reingelaufen, glaube ich. Ey, ich stand doch mit dir in dem gleichen Raum und habe doch geräuchert. Jetzt werde ich erzählen, dass ich bei dem einen Raum, bei der einen Map oben im Flur irgendwas mache und irgendwie nur einen Keller erwische. Und hier stehe ich im gleichen Raum und es geht nicht. Ja, Höhe könnte ein Unterschied sein. Weißt du nicht, wer das nach oben greift? Ist das ein Durchmesser oder ein Radius? Okay, da muss ich nochmal irgendwie rein und OV und Dingens probieren. Ich nehme mal Räucherwerk mit. Nimm dir Salz mit für Fußspuren. Er hört mich ja nicht, aber so ohne Gedanken gesprochen. Ja, sonst kann ich eigentlich nichts gebrauchen, oder? Salz, 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 Salz. Achte, ich kann doch hier... Gucken. Ich meine, es dürfte eigentlich noch alles oben liegen, was nötig ist. Das ist schon wieder Dots. Die spawnen auf jeden Fall da oben mit den Dots. Die ist da definitiv drunter im Raum. Dreh dich jetzt um. Warum schmeißen wir den Clipboard hin? Willst du jetzt mitnehmen? Ja. Ja. Für den UV-Fußspuren. Bitte? Okay, guck mal mal. Ich kann nicht mal Glocken läuten, wenn ich tot bin. Könnte ich ein Schiffchen mitnehmen? Oh ja, Mann. Das Schwert. Oh ja. Strom. Strom ist aus. Ich habe das Gefrieren nicht testen können. Vielleicht war das auch mein Problem. Hat er gesagt, da ist er? Das ist eine Doppelräucherung. Das ist eine Doppelräucherung. Nice. Hä? Er rennt. Also doch ein Uni. Wir haben mit dem Uni beendet. Aber das ist doch cool. Da ist es doch was. Uni habe ich nicht oft. Uni habe ich nicht oft. Diese roten Schuhe von dem. Holy Cloud. Hübsch. Hübsche Schuhe hast du. Guck dir mal an da. So Lava-Schuhe einfach. Oh ja, wir haben jetzt noch nicht verguckt beim Vorbeihuschen. Aber ich meine, ich habe UV gesehen. Dann ist es also Goyo. Ein Goyo. Ich vertraue dir. Ja, dann hoffe ich, dass du recht hast. Das ist kein Spielzeugschwert. Das ist ein echtes Männerschwert. Ja, perfekt. Perfekt, Cloud. Sehr gute Arbeit. Sehr gute Arbeit. Da habe ich mir in die Hose geschissen, damit 0% noch mal reinzugehen. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Ah, ist doch gut gemacht. Ah, ist echt gut gemacht. Ja, cool. Dann haben wir doch mit dem Sieg beendet. Ist doch gut. Er war aber auch deutlich schwerer als gedacht. Er wollte einfach nicht. Nee. So wie wir. Der Stromkasten war aus. Das heißt, du hättest Gefrier gar nicht richtig testen können. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich bin mit der Zerf nur reingerannt. Ja, genau. Nee, der Strom war aus. Das sind die Werte eh nicht. Wenn Gefrier ist, dann hast du es, glaube ich, trotzdem. Ja, aber... Da passt das schon. Weil der Raum bleibt ja... Es sind ja nur... Strom sorgt ja nur dafür, dass die anderen Räume aufgehitzt werden. Ja, definitiv. Aber hat ja gut funktioniert. Ja, war gut. Ich hatte Glück, der hat halt was runtergeschmissen und im Vorbeilaufen habe ich die Hand auch gesehen. Das war gut. Fängt es an so. Die Hard UV. Ciao. Ja, genau das. Hat hinter mir angefangen zu singen und dann so, ja, alles klar. Viel Spaß beim Singen. Ich bin weg. Viel Spaß beim Singen. Ich bin weg. Ja, cool. Nee, dann. War schön, dass du noch mitgespielt hast, würde ich sagen. Ja. Guck mal, ist da noch einer? Wahrscheinlich sind jetzt alle offline von mir, ne? Es ist ja auch schon spät. Naja. Manche müssen morgen noch arbeiten. Ja, genau, das passt nicht. Nee, gut, dann gehen wir direkt offline. Ich meine, morgen sind wir eh schon wieder mit Monster Hunter da. Guck mal da mal rein. Oh yeah. Noch gar nicht installiert. Ich muss es noch runterladen. Ja, da wird es Zeit. Unterladen. Wie groß ist das? Oh, Shader schon wieder. Die 30 GB sind es, glaube ich, gewesen. So klein? Ja, okay. Kann man machen. Ja, das ist ja nur ein Viertel oder halbes Gebiet oder so, was man erkunden kann. Okay, perfekt. Ja, dann wünsche ich allen, die noch da sind und Cloud einen guten Abend, eine gute Nacht. Schlaft gut. Good night, good fight. Good night, good fight, genau. Ciao, zusammen.